Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Es scheint, dass Lena in mich verliebt. Sie sagt, der Fernseher ist kaputt, weil sie mich sehen will. Hallo Max! Ich komme erst jetzt vom Strand zurück. Du kannst den Fernseher reparieren, und ich gehe duschen. Lena ließ die Badezimmertür offen. Sicherlich, will sie mich. Es ist jetzt meine Chance. Sie sagte, ihr Mann geht jeden Tag wandern, und kommt erst um 7 Uhr abends zurück. 2 Wochen vorher Hallo Lena! Heute habe ich mit meinem Chef über den Urlaub gesprochen. Ich kann vom 15. bis zum 30. August Urlaub nehmen. Und du? Ja, in dieser Zeit kann ich auch weg. Da ist meine Kollegin wieder da. Was sollen wir denn machen? Ich habe an eine längere Bergwanderung gedacht, so von Hütte zu Hütte. Ach Thomas! Und wenn es regnet? Ich brauche dieses Jahr unbedingt noch ein bisschen Sonne. Fahren wir doch in den Süden ans Meer. Aber ich will nicht nur zwei Wochen am Strand liegen. Das ist mir einfach zu langweilig. Ja klar, das will ich ja auch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel nach Italien fahren, da haben wir alles. Das Meer zum Schwimmen, alte Städte zum Anschauen, und auch schöne Landschaften zum Wandern. Ja, das klingt gut. Wie wär's denn mit Korsika? Da gibt es Berge und Strand. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Das muss toll sein. Lass uns doch gleich mal im Internet schauen. Zwei Wochen später Guten Tag. Haben Sie reserviert? Ja, mein Name ist Lena Weber. Herzlich Willkommen Frau Weber. Sie haben ein Doppelzimmer für zwei Wochen gebucht. Hatten Sie eine angenehme Reise? Ja, wir hatten traumhaftes Wetter beim Flug und nur eine sehr kleine Verspätung. Okay Frau Weber. Hier sind die Schlüssel. Leider funktioniert das Telefon in den Zimmern nicht. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie die Hotelnummer von Ihrem Telefon an. Mein Kollege kommt jetzt und begleitet Sie ins Zimmer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Kommen Sie bitte mit. Ich werde Ihnen nun Ihr Zimmer zeigen. Lassen Sie mich Ihren Koffer tragen. Dort drüben ist der Aufzug. Oh, das Zimmer ist sehr schön. Darüber hinaus hat es einen Blick auf das Meer. Oh, das Zimmer ist sehr schön. Darüber hinaus hat es einen Blick auf das Meer. Endlich haben wir Urlaub. Ich werde jeden Tag eine Wanderung Reise buchen. Ich gehe wandern, während du hier am Strand genießt. Okay, gute Reise Schatz. Jetzt gehe ich schnell zum Strand. Okay, gute Reise Schatz. Jetzt gehe ich schnell zum Strand. Warum funktioniert dieser Fernseher dann nicht? Ich rufe das Hotel an, um einen Techniker zur Reparatur zu schicken. Warum funktioniert dieser Fernseher dann nicht? Ich rufe das Hotel an, um einen Techniker zur Reparatur zu schicken. Das Hotel Panorama. Paul am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Frau Weber. Zimmer 211. Der Fernseher in unserem Zimmer funktioniert nicht. Okay, Frau Weber. Ich schicke Ihnen jetzt einen Techniker auf Ihr Zimmer. Okay, vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Max. Ich bin gekommen, um den Fernseher zu reparieren. Guten Tag, Max. Ich komme gerade vom Strand zurück. Du kannst den Fernseher reparieren, und ich gehe duschen. Zehn Minuten später. Aha. Du hast den Fernseher schon repariert. Du bist ein guter Techniker. Aha. Du hast den Fernseher schon repariert. Du bist ein guter Techniker. Vielen Dank, Madame. Du kannst ja auch die deutsche Programme sehen. Auf den Kanälen 5 bis 13 finden Sie die deutsche Programme. Das ist sehr interessant, Max. Ich bin alleine im Zimmer, nachdem ich vom Strand zurückgekommen bin. Mein Mann geht jeden Tag wandern, und kommt nicht vor 7 Uhr abends zurück. Mein Mann geht jeden Tag wandern, und kommt nicht vor 7 Uhr abends zurück. Also, das Fernsehen ist das Einzige, was mich bis zur Rückkehr meines Mannes Thomas unterhält. Also, das Fernsehen ist das Einzige, was mich bis zur Rückkehr meines Mannes Thomas unterhält. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, Madame. Danke, Max. Du sprichst sehr gut Deutsch. Aber du kannst einfach Lena ohne Madame sagen. Nimm bitte diese 20 Dollar für dich. Oh, das ist so viel. Danke, Lena. Der nächste Tag. Guten Morgen, Lena. Ich gehe nach dem Frühstück wandern. Ich möchte dir sagen, dass ich gestern gegen den Fernseher getreten habe, und er scheint kaputt zu sein. Ich möchte dir sagen, dass ich gestern gegen den Fernseher getreten habe, und er scheint kaputt zu sein. Meine Lieblingsmannschaft hat gestern das wichtigste Spiel der deutschen Bundesliga verloren. Meine Lieblingsmannschaft hat gestern das wichtigste Spiel der deutschen Bundesliga verloren. Okay, Thomas, kein Problem. Ich gehe jetzt zum Schwimmen an den Strand. Ich rufe später das Hotel an, um einen Techniker zu schicken. Ich bin Frau Weber, Zimmer 211. Mein Mann hat gestern gegen den Fernseher getreten, und er funktioniert wieder nicht. Okay, Frau Weber. Ich schicke den Techniker jetzt auf ihr Zimmer. Max, Zimmer 211 will jetzt den Fernseher reparieren. Aber ich habe gestern den Fernseher in diesem Zimmer repariert. Das weiß ich. Aber der Fernseher ist gestern wieder kaputt gegangen. Es scheint, dass Lena in mich verliebt. Sie sagt, der Fernseher ist kaputt, weil sie mich sehen will. Es scheint, dass Lena in mich verliebt. Sie sagt, der Fernseher ist kaputt, weil sie mich sehen will. Hallo Max. Ich komme erst jetzt vom Strand zurück. Du kannst den Fernseher reparieren, und ich gehe duschen. Lena ließ die Badezimmertür offen. Sicherlich, will sie mich. Es ist jetzt meine Chance. Lena ließ die Badezimmertür offen. Sicherlich, will sie mich. Es ist jetzt meine Chance. Sie sagte, ihr Mann geht jeden Tag wandern, und kommt erst um sieben Uhr abends zurück. Warum bist du jetzt hier? Du bist ein unhöflicher Mann. Warum bist du jetzt hier? Du bist ein unhöflicher Mann. Ich dachte, du wolltest mich, deshalb hast du die Badezimmertür offen gelassen. Ich dachte, du wolltest mich, deshalb hast du die Badezimmertür offen gelassen. Du bist eine kranke Person. Alles, was in deinem Kopf vorgeht, sind Fantasien. Du bist eine kranke Person. Alles, was in deinem Kopf vorgeht, sind Fantasien. Und warum hast du den Fernseher kaputt gemacht, nachdem ich ihn gestern für dich repariert habe? Und warum hast du den Fernseher kaputt gemacht, nachdem ich ihn gestern für dich repariert habe? Mein Mann hat gestern gegen den Fernseher getreten. Ich rufe jetzt die Polizei. Du musst für den Rest deines Lebens im Gefängnis bleiben. Ich rufe jetzt die Polizei. Du musst für den Rest deines Lebens im Gefängnis bleiben. Bitte, tun sie dies nicht. Sie werden mich feuern, und ins Gefängnis stecken. Ich werde dir unter einer Bedingung vergeben. Versprich mir, dass du das nie wieder tust, und dich nur um deine Arbeit kümmerst. Ich werde dir unter einer Bedingung vergeben. Versprich mir, dass du das nie wieder tust, und dich nur um deine Arbeit kümmerst. Ich verspreche, dies zu tun. Danke, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Abonnieren Sie unseren neuen Kanal, Deutschprüfungen, und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. hingegen, bisst, wenn es ihr solltet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020